Na ja, nun gut, es war die einzige richtige Sache. Wie geht's dir? Deutsche ist gar nicht hier, hä? Nein, nichtsdestotrotz, pass auf. Und zwar... Bevor ich hier Feierabend mache, werde ich mich hier noch um Sadie kümmern. Das ist doch die einzige Mission, die größere, die wir hier haben. Ja, ja. Das heißt, wir werden da erstmal hinreiten. Ja, nun komm, Pferd. Nee, das mein richtiges, nicht du. So. Für das Pferd habe ich lange gearbeitet und trainiert hier. So, und los geht's. Ähm, wir werden jetzt so John rausholen. Was mir aufgefallen ist, wir haben schon lange nicht mehr... Ja, wo ist eigentlich Johns Frau? Und den Sohn haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Im Allgemeinen sieht man Kinder auch nicht direkt, ne, im Spiel. Ich find's... Oh, y'all look a little lost. Me and my... Others might be able to help you. I got the horse. Ihr Schweinebacken. Zu spät. Ihr Schweinebacken. Haben sie mir aufgelauert. Toll, Seilbei haben sie dabei. Was ist hier eigentlich? Warum ist hier überall... Äh, Feuer. Und Licht. Was ist das da hinten für eine Ortschaft in Blickrichtung? Ach, Butcher Creek. Okay, gut, 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 gut. Ah, die haben hier nur Spidey dort, Leute. So, der wollte flitzen. So, jetzt... Aber gerade gut überlebt, würde ich mal sagen. Ach, jetzt haben wir die Pferde nicht zurückgebracht, wie was eigentlich gesagt hat, ne? Hi. Okay, wenn wir angekommen sind, wird's hell. Also passt das schon. Oh, das fährt halt so gut durch. Äh, außer wenn wir... Ja, ja. So, da ist noch ein Lager. So, da hinten ist die Insel, ne? Boah! Alter! Was? Macht sie sich doch Sorgen um ihren Mann? Ja, das sind ja ein paar Wachen. Ja, das kann ja was werden. Ich weiß schon mal, wie gut dieses Spiel aussieht. Ja, das kann ja auch sein. Ich weiß schon mal, wie gut dieses Spiel aussieht. Pschschschsch. Siehste, und jetzt haben wir wieder jemanden umgebracht, ne? Was haben wir denn hier? Ein Scharfschützengewehr. Ja. Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Da ist ein Grupp, in front of that barn, just to our right. Ja. Ich sehe zwei Scharf. Okay. Geh sie weg, und gehen wir mit unserem Mann. Okay. Ja. 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 Ich glaube, das war John. Ja. 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 Ich glaube, dass einer dieser Scharf noch was geht. Ja. 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 Ich gehe mit. Woher ist er? Ja. Du? Herr! Du kennst dich von John Marsden? Ich... Ich... Ich bin... Ich bin jetzt nicht der Tommy, heute. Möge die Hände auf, Frau. Nein, du hast den Schrauben. Jetzt! Wo ist John Marston? Er ist heute nicht in der Arbeit. Okay, ich glaube, wir gehen und ihn zusammenkommen. Okay. Ja, sehr klar. Oh, nein, du hast nicht. Komm schon, partner. Warum würde du zur Frau von der Frau schreien? Entschuldigung? Ich habe gesagt, ich habe zu entspricht. Entschuldigung. Entschuldigung, Frau. Es ist kein Problem. Also, woher gehen wir? Auf die Entrennung, glaube ich. Und wer ist in der Lage von diesem guten Verhältnis? Jamieson, Sir. Jamieson, wer? Nein, Herr Jamieson. Heston Jamieson. Oh. Ist er ein guter Mann? Er ist ein sehr guter Boss. Ich freue mich auf ihn zu treffen. Sie werden... Sie werden... Sie werden... Sie werden dich nicht machen lassen. Das wird auf dich, mein Freund. Hmmmm. Oh mein Gott. Was ist denn? Also, bist du ein populärer Mitarbeiter, mein Freund? Nicht besonders. Ich glaube, wir werden uns herausfinden. Komm schon. Mach ihn! Mach ihn direkt nach vorne. Auf die Gange! Ich hoffe, dass jemand in da tatsächlich einen Verdammt über diesen Mann gibt. Ich glaube, wir werden sehen. Wir werden uns aus dem Weg rauskriegen. Boah, ist die tough. Die ist tough. Wir haben uns nicht gemacht. Okay Friend, jetzt Almost. Eine Frage, was ich sage. Wir lassen die Fähigkeiten! Jetzt! Oh, man. Oh, man. Oh, man. Jameson! Jameson! Here's Jameson, Anne. But he's your son, Denise. They got Millicent. Got him, and gonna kill him, unless you bring me John Marston, right now. You got one minute. I'm counting. 1, 2, 3 Milliken, ist er? Ja, Sir. Willst du mich aufhören? Ich habe ein Gespräch zu machen. Ja, Sir. Ja, natürlich, Sir. Von 1 oder 4, so... Oh, sehr lustig. Wir müssen jetzt 11. 11. 12. 13. Faster. 14, 15, 16, 16... Now, hurry up! Well, this poor fool's gonna get his brain shot out and over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and break that asshole out here, you bastards. Come on! Don't cry, buddy. I don't want to die. Yeah, I know. I know. Hey. Hey. John, what up, you two? Now, no funny business. Mr. Manican here will stop crying once and for all. Okay. Today's through. Lucky day. Let's go. Okay. Let's clear these and make a run for you. Okay. Bring it over! Oh! Was? Kannst du den hier einfach wegducken. Lad nach! Cover us! John, let's move! Okay, let's go! You, 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 you! Och, och, och! Come, 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 come! Here comes more! Get down! Been a while, John. You're telling me! What took... You're so long. I'll explain later. So kam. Oh Gott, 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 Gott. Oh Gott, 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 Gott. Au, 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 aua. Aua, aua. Scheiß drauf, ich esse jetzt was. Ich komme. Oh, ja, ja, ja. You always seem to need rescue at Marston. Nice to see you, Arthur. Ah, there's some fellas coming here. Don't look too friendly. We best get out of here. Come on, boss, let's move. I'll roll. You shoot. Seriously? Let me. You're a better shot. All right, fine. You just relax and enjoy yourself, John. Leave the real work to them and can still handle it. Thanks. Keep them off of us. Run that gun around or we will gun you down. Can't do that, fellas. We got a pan. Thanks for the hospitality, boys. You know, I think I liked you better when you was all dressed up like a prized chicken. No doubt. Hurry up. They're going to be on our tails soon enough if you boys keep wasting time. Oh, that's us told them. Hey, Arthur. Thank you. Don't mention it. Let's go. We should get out of here quick before the law gets wind to this. Okay. So what the hell happened in Saint-Denis? Is Abigail all right? She's fine. Jack is too. She managed to escape when they got Hosea. Hosea? That still don't seem real somehow. All them years. Arthur. He was like... Like family. Yeah, we lost young Lenny too. No. What a goddamn mess. And did we... What about... The money? Lost somewhere at the bottom of the ocean. What? How the hell did that happen? We hit on a boat. It was the only way out of there. The boat went down in a storm and... We ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba? Wait. You're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but... Things ain't been good, John. You're telling me. We're holed up now in the mountains to the north, near Roanoke Ridge and some caves there. The Pinkerton's caught up with us again and we had to move. Yeah. Seems Molly ratted us out. The bitch. So she's dead too. Jesus. Maybe you should have just left me to hang. And... I should warn you. Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so... Might not be the hero's welcome you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank... When they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a... A moment to do something and didn't. Dutch ain't himself right now. Or... Maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Huh. Guess not. Stimmt. Ich bin gespannt auf die Reaktion, ne? Weil, so wie Arthur schon sagte, eigentlich war dieser Einsatz überhaupt nicht erwünscht von Dutch. War es warum. You brought him back to me. We told you we would. John! What are you doing here? It's good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I went. But I said that... Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Yes. And when Spring and John brings the law down on all of us, what then, Arthur? Well, I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty. Arthur. It ain't. I had a goddamn plan! John. John. You are my brother. Mm-hmm. You are my son. I was coming for you. They... They was talking to hanging me, Dutch. They was talking. They was talking. And now they may come and hang us all. And now they may come and hang us all. Arthur. Arthur. Oh. Sorry. I was miles away. Thinking of... I don't know. Dutch said he tell you, he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. Irgendwas mit Mr. Cornwall. Besuchszeit. Was haben wir denn verschlampert? Mal gucken. Ähm... Lande bei beiden Gefängniswärtern vom Turm aus deinen Kopfschuss. Da habe ich bloß eingeschafft. Begib dich innerhalb von zwei Minuten und... Okay. Habe ich getrödelt? Getrödelt, getrödelt. Schließt die Mission ab ohne Gesundheits... Okay. Ja. 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 Mein Fehler. Mein Fehler. So. Was haben wir denn jetzt hier auf dem Tableau? Erstens. Toll. Deswegen ist Dutch so sauer. Gesucht, tot oder lebendig. Ei, 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 ei. Charlotte? Wer ist Charlotte? Wer ist das? Markiere ich mir mal für später. Denn wir haben jetzt eine Hauptmission und wir haben eine Nebenmission vor uns. Ich denke mir aber, äh, mit Blick auf Uhr, ja, äh, es wird langsam Zeit. Ich mache jetzt hier einen Stream erstmal zu und die Aufnahme beende ich. Und, ja, danke recht herzlich fürs Zuschauen und, äh, mitfiebern und machen und tun. Und wir sehen uns dann, ja, demnächst. Also es geht bald weiter. Ja? Ja? Danke. Danke so much. Oh, he ain't done yet, Abigail. Dutch seems to have lost his mind. I know. Just be careful. I don't have to be careful. I have you as a friend. Oh. Oh, okay, ähm, ja. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann alsbald wieder. Es geht hier dann definitiv weiter. Äh, schon allein, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und, äh, bis dahin, ja. Ciao, ciao. Und, äh, bis dahin, ja. Vielen Dank.